Polizei? Ja? Zephyr? Sie? Sie müssen mir helfen. Sie zwingen mich dazu. Ich muss immer so tun, als würde es mir Spaß machen. Ich brauche Hilfe. Kommen Sie mich retten! Oh nein! Da sind sie! Sie kommen! Sie kommen! Aaaaaah! Hey Leute! Ich hab mega Bock auf ein neues Video! Ihr auch? Da bin ich wieder! Fasbier Nights 1 ist nach Fangame als Freeroam Version von Five Nights at Freddy's 1 und jetzt haben wir Five Nights at Freddy's Fasbier Nights 2, was nach Fangame ist als Freeroam Version. Das ist cool, oder? Nö. Ein herzliches Willkommen, Freunde! So hart sich das vielleicht anhört. Wir sind keine Freunde. Ich weiß nicht wer du bist. Ihr habt drauf gewartet. Tut einfach so, als hättet ihr drauf gewartet. Wir haben unseren ungelenkten Live in den ersten Part reingedippt. Aaaaaah! Mein Live! Und die kleine hässliche Schwester ist jetzt auch dran. Ich find das immer geil. Auf der Download-Seite steht nämlich Spiel das nicht! Also gut, ich werd's versuchen. Spiel lieber den ersten Teil. Das ist cooler. Ich mag's, wenn Leute überzeugt sind von ihrer Arbeit. Wie zum Beispiel auch ich selber. Deswegen weiß ich, dass ihr dem Video jetzt einen Daumen nach oben dalassen werdet. So. FNAF 2 und Spaß dabei, sagst du ja. Ich hab den Teil halt nie so richtig gespielt. Also ich muss mich erstmal selber orientieren. Das wird extrem lustig. Wetten? Ich werde nach 5 Minuten sagen, hätte mir mal jemand gesagt, dass ich lieber den ersten Teil spielen soll. Oh wow! Oh mein Gott! Es erstrahlt im helligsten Glanz, Alter! Warum bin ich immer mit den beschissensten Taschenlampen dieser Welt ausgestattet worden? Erstmal suchen wir das Office, was die ersten circa 35 Minuten in Beschlag nehmen wird. Und dann... Scheiße, man hat's mächtig in die Hosen! Was ist denn hier los? Was für ein Salat, Alter! Oh mein Gott! Entschuldigung! Boah, ich muss hier raus, Alter! Ist hier der Exit? Äh... Äh... Es gibt zwei Etagen? Warum... Was... Ich... Hey, diese Erwartungshaltung bringt mich um. Da oben wird mir die Luft ein bisschen zu dick. Ich geh mal weiter hier unten nachschauen. Was ist das überhaupt wieder für eine Pizzeria, Alter? Was baut denn ihr hier hin? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, die kommen. Oh! Oh, no! Fuck! Ah! Das läuft viel besser als der erste Teil. Try hiding in Lockers? Das sind Lockers? Das macht dich mal locker, Alter. Haha! Du bescheid! Oh! Private? Da muss ich rein! Hehehehe! Äh! Da muss ich nicht hin! Äh... 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 No! Ist es hier? Nein! Die Aliens haben eine unsichtbare Wand erricht... Nevermind! Sie waren zu faul, diese Seite auch zu betätigen. Alles klar! Ich hab's gefunden! Und zugleich mein Nasenbein am Bildschirm zerdrückt. Wie ein wahrer Genussmensch. So, es ist um zwei... Ach so! Da war Soundcam aus der Cam. Alles klar! Wo bin ich denn bitte? You! Alles klar! Ich brauch eigentlich nur... Den rechten und den linken Flügel. Ansonsten... Gibt es irgendeine Art Foxy, von der ich mich in Acht nehmen soll. Ich weiß es nicht! Ich werde sehr überrascht sein, wenn mich irgendwas von der Seite anrübst. Was mach ich denn aber? Vor Schreck, wenn irgendwer in die Nähe kommt! Muss ich mich verstecken? Ich glaub das Spiel ist nicht wie im ersten Teil irgendwie darauf ausge... Darauf ausgelegt, dass ich hier bleib, oder? Oh, ich muss die Musikbox anmachen! Ahhhh! Okay, yippie! War's schon zu spät? Bin ich tot? Wird aus mir Schaschlik gemacht? Bin ich Schaschlik? Bin ich am Spieß? Isst man mich zum Barbecue? Okay... Scheinbar seh ich noch nicht allzu appetitlich aus. Oh Gott, er kommt! Sonst... Funtime Bonnie? Ahhhh! Ja, geh mal für kleine Hühnchen! Ist okay! Solange die noch ungefähr zwei Stunden brauchen, bis sie hier sind, ist alles safe! Was mach ich denn, wenn die... Wenn die da stehen, Alter? Ich kann mich hier so ein bisschen hinter diesem... Snack-Automaten irgendwie verstecken, und dann kann ich... Wenn die Tür mich lässt! Dankeschön! Scheint nicht auf meiner Seite zu sein! Okay, ich bleib mal trotzdem da, um die Zeit im Auge zu behalten! Heihts Maul...! Lass mich ran! Komm schon! Ops, 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 Ops Oh Gott, er ist unterwegs, Alter! Hat's den Braten gerochen!? Bin ich der Braten? O, was...? Aahhhh! Was habe ich getan? No, fuck! Oh mein Gott, Hilfe! Ring around this Rosie. Oh mein Gott. Ich habe eine Rosie gefunden. Da ringen wir jetzt around. Oh yes, bis es um sechs ist. Und es hilft nichts, was du dagegen tun kannst. Nichts. Wow, das hat ja geklappt. Das hätte ich nie vermutet. Warum bin ich noch nicht tot? Digga, ist eine Hitze hier drin. Ich kann doch jetzt nicht. Ich muss in der ersten Nacht sterben. Was würdet ihr von mir denken? Das geht nicht. Das wäre ja eine Schande. Ich muss das überleben. Irgendwann muss es doch jetzt um sechs sein. Genau um sechs. Komm schon. Oh, da kann was. Oh Gott, ich trau mich nicht. Shit! Okay, once again. Auf ein neues. Das ist überhaupt kein Thema. Kannst du jetzt bitte mal um sechs sein? Doch, wenn man den Wecker einmal braucht, ist nicht auf jeden Fall lass. Das gibt es doch nicht. Irgendwas ist aus. Irgendwas ist doof. Irgendwie funktioniert das mit der Zeit nicht. Was muss ich tun? Warum läuft es nicht weiter? Ah! Press F to use your flashlight! Fuck you! What? Objectives enter every room? Das habe ich ja nicht gelesen. What? Da gibt es doch bestimmte Strategie. Was ist, wenn ich jeden Raum betreten habe? Was ist dann? Warte mal, ich ziehe mal... Halt's Maul! Die Musikbox nochmal kurz auf. Nur so just in case. Die macht mir eigentlich nicht groß Drama hier, aber... Oh, das sind die Schließschränke. Oh, cool! Ich muss noch diesen Mängelraum finden. Und dann die andere Etage noch. Ja, 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 ist gut. Okay, let's go. Oh, yes! Ich hatte es geschafft! Okay, cool. Und jetzt noch bis um sechs durchhalten, oder was? Die bewegen sich gleich. Da geht es gleich los. Und dann... Moment, ich höre was. Nee, okay. Die sind doch alle da. Wo war die Musikbox hier? Ich will am liebsten immer hier stehen bleiben. Was ist denn, wenn die mich sehen? Also, kann ich denn noch schnell in den Schließschrank rein? Fragen über Fragen durchfahren meinen Geist. Ist es schon um sechs? Okay. Es ist eine halbe Stunde noch. Ein paar Sekunden. Ich denke mal, das ist so eine Minute lang, oder so. Ungefähr. Vielleicht muss ich noch irgendwas anderes machen. Jetzt ist es zumindest nicht rot geworden. Okay, zehn Sekunden noch. Ich bleib hier stehen. Ich laufe ein bisschen rum. Vielleicht treffe ich ja noch wen. Dann kann ich sie schwer enttäuschen, weil sie mich nicht mehr kriegen werden. Hallo? Ja! Oh! Okay! Gut. Mensch, es wird ja immer wärmer hier. Fangen wir an mit Nacht 2. Und immer noch Spaß dabei. Was ist jetzt das Objective? Pick up ten pieces of trash. Boah. Also, es ist ganz schön vollgemüllt hier. Wie sieht denn das aus? Ist es irgendwie... Oh no. Das hier... Was? War das ein Hotdog? Was zur Hölle... Oh nein. Ich muss auch noch mitzählen. irgendwelche bunten farbigen Sachen, die so aussehen, als würden sie da nicht hingehören. Oh, das ist ja großartig. Was? Zehn Stück, Alter? Was ist das? Und warum stinkt dies noch scheiße? Das ist ein Bifi-Hotdog. Mit vier Bifis. Aber das kann ich nicht aufheben. Nee, das gehört da wieder dazu, ne? Boah, Leute, das ist nicht gut. Ich muss in den anderen Bereich, und zwar schnell. Äh, wo war denn das? Ah! Do fuck! Noch schneller muss ich da hin! Boah, das ist ja schwer! Wieso ist das? Wieso sind die jetzt so zu mir? Was hab ich denn jemals getan? Also, außer sie in jedem Spiel jemals auslachen, aber, ähm, das könnt ihr doch nicht übel nehmen, so auf Dauer, oder? Also, das wär ja wohl... Also, komm, man muss schon sehr zart beseitet sein. Ich... Oh, es wird nicht um sechs, bis ich das nicht alles hab. Du bist doch ein richtiger Haufen Müll hier eigentlich. Ich hab ein Stück. Boah, ich will eigentlich gerne noch die zweite Nacht schaffen. Ich geh mal hoch. Oben ist bestimmt irgendwie was. Ich weiß gar nicht, ob die jemals hier hochschreiten. Aber es nützt mir halt auch nichts, hier zu schimmeln, ne? Mann. Oh, hier. Okay. Ah, das sind aber auch nur zwei. Drei. Ich glaub, das war's hier. Ich glaub, die sind jetzt los. Der Rest ist unten. Okay, Luz. Let's go. Finger im Po, Mexiko. Wieso stand der da? Okay, ein bisschen leuchtend. Aha. Okay. Also. Ähm. Wir fassen zusammen. Der Müll hat kein System. Ne, da ist eins. Ne, das sind schon mal zwei. Ich fang trotzdem mal mit hier oben an, weil ich hab Angst, da nachher hinzugehen. Die andere Area ist viel safer. Drei. Vier. Oha. Überlebe ich's jetzt vielleicht mal? Boah, ich muss so vorsichtig sein, ey. Oh, no. Oh. Ich muss halt durch die Halle da. Durch die große. Weil ich muss mich um die Musikbox kümmern. Wie denn alles? Das ist ja großer Mist. Das ist richtig großer Bockmist, Alter. Muss los. Kann ich das überhaupt überleben? Kann ich's überleben? Gib her. Fünf. Lol. Oh. Oh. Drei, zwei, eins. Wieso kann ich denn nicht von der Seite da ran? Komm schon. Okay. Ich dachte, jetzt sind die hier. Das lockt die ein bisschen dahin, ne? Ich hab hier noch ein bisschen Trash gesehen unterwegs. Wenn ich alle zehn hab, bin ich der letzte Müll, der noch übrig ist. Hier in der Kantine? Oder keine Kantine, es ist die Küche. Wo kommen die hier rein? Was? Hier liegt gar nichts. Oh, nein. Shit, 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 shit. Oh. No. Oh, what? Spiel, wie küsst den Schrank? Geh weg. Niemand kann nicht leiden. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ist doch immer recht ähnlich tatsächlich mit dem Müll. Oh, wir gerade von Müll sprechen, Alter. Na, ihr Rostlauben? War alles fresh? Die erholen sich nicht vor meinem letzten Gameplay. Oh. Wenn ich Müll wäre, ich wäre hier. Ach, Mann. Wieso nicht? Ich hab by the way keinen Plan, wie viel ich hab. Okay, hier noch. Puh. Pst, 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 pst. Okay. Hier gibt's auch nichts. Ey. Diese Räume sind komplett sinnlos. Ich dachte, das wäre hier überall versteckt. Boah, ich bin halt am Sack, ne? Wenn das zum Beispiel da oben noch ist. Hab ich nämlich zum Anfang gleich geguckt. Okay, ich muss jetzt die Musikbox aufziehen. Puh. Ich hab das Achievement oben noch nicht erhalten. Insofern hab ich wahrscheinlich noch nicht alle. Komm schon, 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 komm schon. No. Okay, es ist um sechs. Ich hab das Objective nicht erfüllt. Au. Au. Da steht Bonny. Was zur Hölle ist da hinten los? Shit, 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 shit. Wo ist was? Wo ist was? Oh, ich find's nicht. Oh, Gott, why? Ey, ich brauch bestimmt nur noch einen Müll oder so. Ich hab's nicht gezählt. Oh. Fuck, ist das spannend. Geht auch noch genau. Da. Da. Das war's noch nicht. Da. Das war's noch nicht. No way. Ey, das ist ja brechschwer. Am besten ich grase hier alles ab. Ich glaub, das ist wichtig, das gleich zu machen. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Okay, gut. Okay. In Ordnung. Gibt hier irgendwie was? Nee. Nur mal schnell checken. Gut. Sehr gut. Äh, weiter geht's. Jetzt nach oben. Ich hab, äh, drei Stück. Ist das richtig? Ich glaub schon. Da liegt noch eins. Nummer vier. Das war's hier, soweit ich das beurteilen kann. Fünf. Sechs. Hier ist nix. Hier liegt was. Und wieder die Toiletten noch mal checken. Hier kann ja was spawnen. Ich hab ja keinen Plan. Oh, kacke. Okay. Ey, bei den Jungs auch nicht? Da hätt ich's jetzt aber vermutet. Chica steht da. Die hat mich. Oder auch nicht. Oder auch doch. Wo kommt sie denn her? Dick, ich hab keinen Plan. Ich weiß nicht, wo sie ist. Okay. Dort. Hier, das noch. Mach zu. Kommt sie auf. Sie auf, 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 sie auf. Nein. Okay. Shit. Ultra-Bock, Mist. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Fuck! Boah, das regt mich auf! Eine Ewigkeit später. Ey, ich kann das nicht aufnehmen. Ich kann, ich kann das nicht aufnehmen. Oh, no way. No. Ey, bitte lass es nicht kaputt sein. Oh. Da ist noch eins. Verdammt am Price Corner. Oh, das wird's letzte sein. Gott, da muss ich hin. Und das hier? Das ist eindeutig ein Müll. Aber ich kann's nicht nehmen. Oh. Oh, mein Gott. Mach's doch nicht so spannend. Hier. Wo? Hier. Gib her. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Das sind noch nicht alle. Scheiße. Oh, das ist nicht gut, ey. Shit. Wo ist das letzte? Irgendwo hab ich was übersehen. Nein. Ach. Oh, Gott, nein. Oh, fuck. Lägg mich am Hocker. Ich mach das. Das ist übelst schwer. Meine Güte. Das muss noch mal gerebalanced werden. Das ist ja krass. Das ist wirklich krass. Okay, meine Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen, Alter. Wir haben's versucht. Ich bin am Müll aufräumen gescheitert. Wie auch im Real Life. Macht ihr eure Hausaufgaben bitte. Lasst dem Kanal gerne ein Abo dafür. Mehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.